Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast Calm is your Superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, über Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich wirklich alles bei mir. Um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, sollten welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite kalajornaschäfer.com und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. In dieser Folge möchte ich dir ein weiteres Tool, einen weiteren Ansatz vorstellen, mit dem du deine mentale Gesundheit und dein Wohlbefinden verbesserst. Und zwar geht es um den Vagusnerv. Und ich möchte zuerst den Vagus vorstellen und dann ein paar Vorschläge machen, wie du mit Angst umgehen kannst, indem du den Vagusnerv aktivierst. Und bleib auf jeden Fall bis zum Ende dabei, weil zum Schluss habe ich noch ein super tolles Gewinnspiel, das sich wirklich lohnt. Der Vagusnerv ist ein kleines Wunder. Er ist mit fast allen unseren Organen verbunden und hat einen riesengroßen Einfluss auf unsere Gesundheit und unsere Psyche. Der Vagusnerv ist ein Nervenkostüm oder auch der größte Nerv im Körper. Er setzt am Hirnstamm an, also die Zentrale des Vagusnerv ist in unserem Gehirn und von dort wandert er durch den Hals, über die Ohren und läuft dann weiter, indem er Organe im Brust- und im Bauchraum miteinander verbindet. Vagus ist lateinisch und bedeutet umherschweifend. Und tatsächlich breitet er sich richtig flächenartig in unserem Körper aus und hat besonders großen Einfluss auf dein Herz, deine Lunge, deinen Magen und den Darm. Er beeinflusst deine Atmung, deine Verdauung und deine Herzfrequenz. Der Vagusnerv spielt also eine Rolle bei der Weitergabe von Informationen über den Körper an das Gehirn. Ein starker Vagusnerv zum Beispiel kann das Risiko von Schlaganfällen reduzieren, Herzinfarkte vermeiden oder den Bluthochdruck konstant halten. Und auch bei Angstzuständen, bei Alzheimer, Übergewicht, Alkoholabhängigkeit, Migräne oder Tinnitus hilft der Vagus. Und eben auch unsere Psyche beeinflusst dieser Nerv und er kann dafür sorgen, dass wir uns ruhiger und zufriedener fühlen. Und weil er eben so viele Funktionen reguliert, Herz, Lunge, Leber, Magen, Darm, kommt ein großer Teil unseres Körpers aus dem Gleichgewicht, wenn wir Angst spüren. Wenn wir den Vagusnerv stimulieren und dadurch aktivieren, zeigen viele Studien, dass Symptome wie Depressionen und Angstzustände reduziert werden. Der Vagusnerv kann also eine absolut heilende Wirkung haben. Er schenkt uns neue Energie und gibt Kraft und Gelassenheit. Lange Zeit dachte man, dass er unwillkürlich wirkt, dass wir sein Wirken also nicht beeinflussen können. Aber neue Forschungen zeigen jetzt das Gegenteil. Wir können ihn gezielt aktivieren und dadurch langfristig mehr Ausgeglichenheit spüren. Er ist also die Wechselwirkung zwischen unzähligen Geweben und Organen in unserem Körper. So sehr, dass er als treibende Kraft in unserem Körper beschrieben werden kann. Es wird gesagt, dass er als inneres Programm fungiert, das die Erholung reguliert und dadurch Zeichen der Angst in unserem Körper deaktivieren kann. Der Vagusnerv ist auch mit dem Gesicht und mit der Stimme verbunden. Zum Beispiel wurde erforscht, dass depressive Menschen einen gering ausgebildeten Vagusnerv haben, was mit einer geringen Intonation und weniger aktiven Gesichtsausdrücken verbunden ist. Denk mal einen Moment an all die Situationen, in denen du Angst oder Panik fühlst, an alles, was Unbehagen, Abneigung oder eben Panik in dir verursacht. Wenn wir diese Momente analysieren, merken wir, wie unser Darm und unser Magen beginnt, mit uns zu leiden. Diese Gefühle werden sofort vom Vagusnerv registriert und er schickt eine klare Nachricht an das Gehirn, nämlich ich registriere eine Bedrohung. Und dann fängt der Körper an, alles in Bewegung zu setzen, um diese Gefahr bewältigen zu können. Stresshormone, Verkrampfung, alles wird aktiviert, um einer Gefahr zu entgehen oder um uns in einen Zustand zu bringen. Um kämpfen zu können, sollte Gefahr da sein. Wie ich in den letzten Folgen schon beschrieben habe, ist so eine Aktivierung der Gefahrenhaltung auf Dauer sehr anstrengend für den Körper und irgendwann ist er so geschwächt, dass er mit Krankheit reagiert. Als Side-Note, ich glaube, dass tiefsitzende Emotionen wie Angst und Schuldgefühle, Trauer oder Scham ein inneres Umfeld von verstecktem, chronischem Stress schaffen. Dass die Immunfunktion schwächt, indem Stresshormone Cortisol das Nervensystem dauerhaft in einen konstanten Ausnahmezustand halten und eben auch schwächen, sodass der Körper irgendwann mit Symptomen und Krankheit reagiert. In vielen Fällen ist eine Entzündung im Körper die Reaktion des Körpers auf Stress. Und deswegen kann aber auch die Reduzierung von Stressreaktionen im Nervensystem im Körper auch Entzündungen reduzieren und eben auch Krankheiten heilen. Meistens verschreiben Ärzte Medikamente zur Bekämpfung von Entzündungen und bei Krankheiten. Aber bleiben wir mal ganz pauschal bei Entzündungen im Körper. Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass ein anderer Weg zur Bekämpfung oder zur Heilung von Entzündungen darin besteht, den Vagusnerv zu aktivieren und den sogenannten Vagustonus zu verbessern. Das kann zum Beispiel durch tägliche, also kontinuierliche Gewohnheiten wie Yoga oder Meditation erreicht werden, natürlich auch durch TRE. Und sogar bei extremen Fällen von Entzündungen wie zum Beispiel Migräne oder Asthma oder sogar Epilepsie mit einem implantierten Gerät zur Vagusstimulation. Also auch die Wissenschaft hat diesen Nerv für sich entdeckt, um Krankheiten, um Depressionen, um Angstzustände zu heilen und hat extra dafür ein Implantat entwickelt, das den Vagusnerv automatisch stimuliert. Es gibt natürlich auch natürliche Methoden, um den Vagusnerv zu stimulieren. Die werde ich dir heute hier vorstellen, sodass du sie für dich nutzen kannst. Nochmal kurz zur Vorstellung, wie so ein kleines Implantat funktioniert. Die elektrische Stimulation des Nervus vagus, des Vagusnerv mit einem implantierten Stimulationsgerät ist eine neue Behandlungsform für Epilepsien. Der Vagusnerv verbindet sehr viele Organe im Körper und schickt Signale von dort zum Gehirn. Und diesen Signalweg macht man sich mit der Vagusnerv-Stimulation zunutze. Es wird eine Elektrode an den Vagusnerv befestigt im Hals- und Nackenbereich, ein bisschen so wie ein Herzschrittmacher. Und dieser Stimulator gibt dann regelmäßig einen elektrischen Reiz an den Vagusnerv, zum Beispiel alle fünf Minuten für 30 Sekunden. Und man beobachtet bei 40 bis 50 Prozent der Patienten eine kontinuierliche und dauerhaft anhaltende Verminderung der Anfallshäufigkeit, also mindestens eine Halbierung. Und auch die Lebensqualität und das emotionale Befinden scheinen sich bei manchen Patienten mit dem Vagusnerv-Implantat zu verbessern. Und mittlerweile gibt es natürlich auch nichtinvasive Geräte, die man von außen an den Körper anhält, um den Vagusnerv zu aktivieren. Schon 1921 entdeckte ein deutscher Physiologe Otto Löwi, dass die Stimulation des Vagusnervs durch die Freisetzung einer Substanz, die er den Vagusstoff nannte, eine Senkung der Herzfrequenz verursachte. Und später wurde dieser Vagusstoff als Acetylcholin identifiziert und wurde der erste Neurotransmitter, der jemals von der Wissenschaft identifiziert wurde. Der Vagusstoff ist wie ein Beruhigungsmittel, das du dir selbst verabreichen kannst, indem du beispielsweise ein paar tiefe Atemzüge mit langen Ausatmungen machst. Wenn du bewusst die Kraft deines Vagusnervs nutzt, kannst du einen Zustand der inneren Ruhe schaffen und gleichzeitig eben den Entzündungsreflex im Körper sozusagen zähmen. Ein gesunder Vagustonus wird durch einen leichten Anstieg der Herzfrequenz beim Einatmen und eine Abnahme der Herzfrequenz beim Ausatmen angezeigt. Eine tiefe Zwerchfellatmung, also Bauchatmung, mit langem, langsamem Ausatmen ist der Schlüssel zur Stimulation des Vagusnervs. Und es verlangsamt die Herzfrequenz und den Blutdruck, besonders bei Leistungsangst, bei Anforderungen, bei Effizienzmaximierung, die wir, glaube ich, alle kennen. Immer mehr, in immer weniger Zeit schaffen zu wollen. Du willst dein Bestes geben, du willst es allen recht machen, du tust Dinge, die du eigentlich gar nicht tun willst, die Daseinsberechtigung deines Jobs ist, dass er deine Miete zahlt. Das löst alle Stress aus. Ein höherer Vagustonus ist mit körperlichem und psychischem Wohlbefinden verbunden. Umgekehrt ist ein niedriger Vagustonus mit Entzündungen, mit Depressionen, mit negativen Stimmungen, Einsamkeit, Herzinfarkten und Schlaganfällen verbunden. Stichwort Social Engagement. Ich glaube, jeder kennt einen Menschen in seinem Umkreis, der so ein bisschen verhuscht ist, der dir vielleicht nicht in die Augen schauen kann beim Reden, der awkward ist, der vielleicht körperliche oder emotionale Nähe nicht gut aushalten kann. Vielleicht erkennst du auch eine Eigenschaft bei dir. Jedenfalls sind das alles Anzeichen dafür, dass der Vagusnerv dieser Person nicht gut ausgebildet ist. Ein kleines Kind, das ohne körperliche Nähe, ohne Liebe, ohne Zuwendung aufwächst, verkümmert und stirbt sogar. Mit sozialer Interaktion und körperlicher Nähe und Liebe entwickelt ein Kind das Erlebnis von Sicherheit und es gedeiht und entwickelt einen hohen Vagustonus. 2010 wurde die Studie, wie positive Emotionen körperliche Gesundheit fördern, veröffentlicht. In dieser Studie wurde herausgefunden, dass ein hoher Vagustonus Teil einer Rückkopplungsschleife oder Verbindung zwischen positiven Emotionen körperlicher Gesundheit und positiven sozialen Beziehungen ist. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um den Vagusnerv zu stimulieren oder zu aktivieren, die wir alle sehr leicht für uns selber nutzen können. Zum Beispiel Kältebehandlung. Jede akute Kälteeinwirkung erhöht die Aktivierung des Vagusnervs. Also du kannst ein kaltes Gesichtbad machen, du kannst dich kalt abduschen oder sehr, sehr gut ist die Wechselwirkung von kalt und heiß, also Sauna mit anschließender kalter Dusche. Mit kaltem Wasser kurbelst du den Stoffwechsel an und du bekommst automatisch wieder Energie, du fühlst dich erfrischt, deine Schilddrüse wird aktiviert und du nimmst deinen Körper wieder bewusst wahr. Weil es so starke Körperempfindungen auslöst, du kurbelst einfach dein Immunsystem an. Und schau dir dazu doch mal die zweite Folge von The Goop Lab bei Netflix an. Daran geht es um Wim Hof, der The Iceman, der mit der Wim Hof Methode mit einer bestimmten Atemtechnik und Kälte die mentale Gesundheit verbessert. Ja und singen, summen, gurgeln stimuliert deinen Vagusnerv und kann dadurch deinen Stress verringern, weil der Vagusnerv auch mit dem Rachen verbunden ist und durch die Vibrationen stimuliert wird. Mehr unter der Dusche singen oder mitsingen stimuliert den Vagusnerv und tut dir gut. Und es wurde auch festgestellt, dass Singen Oxytocin, also das Liebeshormon, erhöht. Das kann auch als Behandlung für eine Reihe von Erkrankungen, einschließlich Depressionen und Angstzustände und Darmprobleme helfen. Und natürlich die Bauchatmung. Eine ruhige, gleichmäßige Bauchatmung kann innere Anspannung und Unruhe, Stress und Ängste in kürzester Zeit deutlich reduzieren. Versuch immer wieder zwischendurch während des Tages bewusst und tief durch die Nase in den Bauch zu atmen und zähl mal mit, wie viele Sekunden dein Ein- und Ausatmen dauert. Und versuch es immer weiter rauszuzögern, ohne das Gefühl von Atemnot zu bekommen. Und stell dir vor, du hast einen Luftballon im Bauch, der sich beim Einatmen in alle vier Richtungen dehnt, nach vorne, zu beiden Seiten und nach hinten. Und am besten machst du das über den Tag verteilt, immer drei Minuten am Stück. Diese selbstständige Stimulation des Vagusnervs spielt eine große Rolle bei der Bewältigung von Angstzuständen und Depressionen und eigentlich sogar für deine psychische Gesundheit im Allgemeinen. Es erlaubt dir, besser und effizienter auf Stress zu reagieren und ist dadurch eine große Hilfe bei psychischen Beschwerden wie zum Beispiel eben bei Depressionen und bei Ängsten. Und ja, Yoga erhöht die Aktivität des Vagusnervs. Und Massagen, sogar Fußmassagen stimulieren den Vagusnerv. Zungenbrecher. Und Lachen stimuliert den Vagusnerv. Lachen ist die beste Medizin, das wird uns ja schon früh beigebracht. Wie kannst du das machen, wenn dir nicht nach Lachen zumute ist? Zieh dir einfach ein paar Folgen Friends rein oder schau dir einen lustigen Film an und werd einfach aktiv. Es gibt so viele Dinge, die man tun kann, wenn man feststeckt, wenn man gestresst ist und wenn man im Gedankenkarussell festsitzt, wenn man Angstzustände erlebt. Und diese Dinge sind manchmal sehr simpel, aber sie funktionieren. Es gibt immer noch eine Menge über den Vagusnerv, den die Wissenschaft nicht versteht. Aber es werden immer mehr Geheimnisse entdeckt und enthüllt und neue effektive Wege, um Schmerzen, Entzündungen, Trauer, Krankheit zu lindern und zu heilen. Atme tief ein, umarme einen Freund, greif nach der Decke und streck dich und reck dich. Jede dieser einfachen Handlungen vermittelt ein Gefühl der Ruhe und des Trostes. Und jeder wirkt ein bisschen wie Magie, weil es ein kompliziertes Nervensystem aktiviert, das das Gehirn mit dem Herzen, mit dem Darm, mit dem Immunsystem und mit vielen Organen verbindet. Und dieses System, das wird als Vagusnerv bezeichnet. Und lad dir den Audio-Guide auf meiner Webseite herunter, wenn dir eine Anleitung hilft, um ruhig zu werden, aus Angstgedanken auszusteigen. In dem Audio-Guide ist eine absolute Vagusnerv-Stimulation enthalten. Und er ist gratis. Und wenn du Freundinnen, wenn du Familienmitglieder, wenn du Kollegen hast, denen diese Nachricht dieser Podcast helfen kann, dann teile ihn bitte. Und sei unbedingt bei meinem Gewinnspiel dabei. Ich verlose im April jede Woche im Podcast eine TAE-Coaching-Sitzung mit mir im Wert von 560 Euro. Das Einzige, was du tust, ist, einen Screenshot von dem Podcast Car Miss Your Superpower zu machen. Du kannst dir auch gerne das Bild von meiner Webseite runterladen. Du findest da auch nochmal eine kleine Anleitung zum Gewinnspiel. Und du teilst das Bild auf einer Social-Media-Plattform deiner Wahl, also bei Facebook oder in deiner Instagram-Story. Und du schreibst ein paar Sätze dazu, was dir an dem Podcast gefällt und warum du ihn weiterempfiehlst. Und ganz wichtig, du machst dann einen Screenshot von deinem Post, entweder am Computer oder am Handy. Und du schickst mir das Foto an meine E-Mail-Adresse johanna-at-carla-johanna-schäfer.com mit dem Betreff Gewinnspiel, damit ich dich dann auswählen kann für das TAE-Coaching mit mir. Und mit ein bisschen Glück sehen wir uns bald in Köln zur Coaching-Sitzung. Ich freue mich total auf dich. Und wie immer findest du mich hier jeden Mittwoch mit einer neuen Folge. Ich freue mich total auf dich. Ich freue mich total auf dich. Und wie immer findest du mich total auf dich. Und wie immer ich bin. Und wie immer findest du mich total auf dich. Und wie immer findest du mich total auf dich. Und wie immer findest du mich total auf dich. Und wie immer findest du mich total auf dich. Und wie immer findest du mich total auf dich. Und wie immer findest du mich total auf dich. Und wie immer findest du mich total auf dich. Und wie immer findest du mich total auf dich. Und wie immer findest du mich total auf dich. Und wie immer findest du mich total auf dich. Vielen Dank.